Mahlzeit, wir erleben das nächste Schlachtfest im DAX, wir sehen es heute 3,36% in minus 11.543 Punkte, damit sind wir rund 16% unterm Allzeithoch und wir sehen es, das in sehr kurzer Zeit, vielleicht sehen wir es hier die Erholung, ein kurzes Strohfeuer, es geht weiter runter, wir sind jetzt hier in einer kritischen Marke bei 11.500, da müssen wir tatsächlich jetzt abwarten, wenn das nicht halten sollte, dann können wir tatsächlich auch nochmal die Marke von 11.000 Punkten testen, also man muss heute wirklich bei den Nerven so stark sein wie der Hulk, ich kann hier nicht sagen, gehen Sie raus und dann sagen irgendwann alle, ja, der Weingrad hat gesagt, es soll drin bleiben, ja, es dürfte eine Zeit dauern, bis wir uns wieder erholen und die Nachrichten zum Coronavirus, die werden auch nicht besser, wenn man nach Italien guckt, haben wir jetzt schon fast 150 Tote und fast 4.000 Infizierte, also die Zahlen werden nicht besser, auch in Frankreich sehen wir einen sprunghaften Anstieg der Infizierten, also die Nachrichtenlage wird nicht besser und das Coronavirus fegt heute erneut über die Märkte. Dann kommen noch ein paar schlechte Nachrichten dazu, in so einer Stimmungsphase ist das natürlich fatal, wir sehen es bei Infineon heute 4,71 Prozent im Minus, die Cyprus-Übernahme in den USA könnte vielleicht wackeln, Donald Trump soll geäußert haben, er hat Bedenken wegen der nationalen Sicherheit, das neue Schlagwort in den USA, wenn man irgendwas verhindern will oder einschränken will, dann kommt die nationale Sicherheit zum Tragen, von daher muss ich sagen, warten wir mal ab, aber man muss das Ganze jetzt auch ein bisschen relativ sehen, wo wie man sagen muss, man muss nicht so komplett in Panik verfallen wegen dem Coronavirus, was wirklich schlimm ist, muss man auch bei den einzelnen Aktien jetzt die Rücksetzer nicht mit einer kompletten Panik betrachten, wir sehen es charttechnisch, klar, brennt irgendwo überall was an, aber man muss auch gucken, warum, weil die Panik an den Märkten herrscht, wie sich das denn letztendlich auf die Zahlen auswirken wird, das werden wir erst in ein paar Wochen, Monaten sehen, wenn die Zahlen fürs erste Quartal kommen, wenn die Ausblicke dann richtig kommen, wenn man das Ganze ein bisschen einschätzen kann, dann darf man vielleicht komplett die Reißleine ziehen, dann muss man auch sehen, ob die Unternehmen sagen, okay, wir können das im Laufe des Jahres noch ausbügeln oder die Bestellungen kommen trotzdem, also von daher muss man das Ganze jetzt ein bisschen natürlich mit einer gewissen Sorgfalt beobachten und auch mit einer gewissen Ruhe und nicht komplett in Panik verfallen, das ist schon immer ein schlechter Ratgeber an der Börse gewesen, wir haben viele Krisen gesehen und es ist natürlich besonders schmerzhaft für die, die zuletzt gekommen sind an der Börse, die zuletzt eingestiegen sind, wir kennen dieses Sprichwort, den letzten beißen die Hunde und das natürlich bei denen, die auf dem Allzeithoch im DAX aufgesprungen sind, jetzt besonders schmerzhaft. Bei Bayer gibt es auch gute Nachrichten, aber sowas ist natürlich dann der Fall, die gehen unter heute, der nächste Prozess ist ausgesetzt, ist verschoben worden, also hinter den Kulissen wird fleißig weiterhin an dieser vereinheitlichten Lösung gearbeitet, dass man einen Vergleich mit allen Glyphosat-Klägern findet, das deutet wieder an eben, dass der nächste Prozess verschoben worden ist, Bayer hat auch betont, dass man hinter den Kulissen fleißig arbeitet, also eigentlich auch eine ganz gute Nachricht. Charttechnisch müssen wir sagen, hier haben wir vielleicht erst die Grenze bei 60 Euro, wir müssen einfach auch gucken, wie tief es jetzt runter geht, wir sind 16% im Minus im DAX gesehen und von daher muss man sagen, wir stehen kurz davor, den Bärenmarkt abzukippen, das ist natürlich die nächste Gefahr, wenn es jetzt unter die 11,5 geht und wir gehen noch weiter nach unten, dann dürfte natürlich auch die Phase der Erholung um einiges länger dauern, also ich glaube jetzt, 2020 wird ein echt schwieriges Jahr, wo man viel Geduld mitbringen muss, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat und bis man auch weiß, wo zieht es sich über das ganze Jahr durch und wo kann die Delle schnell wieder ausgebügelt werden. Continental wird von JP Morgan abgestuft auf 80 Euro, ja, muss man sagen, okay, da sind wir nicht mehr weit von entfernt, also da muss die Aktie dann auch nicht so drunter leiden, aber die leidet natürlich nur unter den Zahlen, die wir gestern gesehen haben, da geht es heute nochmal 2,83% runter, wenn wir uns den langfristigen Chart angucken, dann sind wir hier Februar 2018, da standen wir noch gut bei über 225 Euro, jetzt stehen wir bei 81, also die Aktie hat sich mehr als halbiert, eher gedrittelt, also von daher, ich habe es gestern schon gesagt, erst muss wieder ein bisschen was zu erkennen sein beim Unternehmen, man muss tatsächlich einen Silberstreif am Horizont sehen und dann kann man vielleicht sich darüber Gedanken machen, ob man wieder aufspringt. ThyssenKrupp fällt heute auf ein neues Allzeittief. Wir sehen es hier, auch die Corona-Krise geht an ThyssenKrupp nicht spurlos vorbei und da sehen wir es, ein neues Allzeittief. Vielleicht können wir so ein paar Parallelen zur Deutschen Bank ziehen, irgendwann werden natürlich auch die Leute sagen, okay, hier geht es wieder ein bisschen bergauf, aber wir sind natürlich jetzt hier auf einem fürchterlichen Niveau, aber ich würde die Aktie trotzdem noch so nicht abschreiben. Ich denke doch, auch wenn sie sich alles wieder ein bisschen erholt, dann dürfte auch ThyssenKrupp ein bisschen davon profitieren. Also wir sind jetzt hier, glaube ich, tatsächlich auch in der Lage, wo wir in eine Übertreibung reinrennen, aber natürlich, wenn es kriselt im Unternehmen und wenn ich mir das überlegen muss und wenn ich gucke, wie sich die Aktie seit Jahresanfang entwickelt hat, dann kann ich es doch sehr gut verstehen, dass die Anleger jetzt sagen, nee, da will ich nichts mehr mit zu tun haben. Dann haben wir einen Wert aus den USA, Co-Diagnostics. Wir sehen hier den Chart seit Jahresanfang, da waren wir noch bei 2,50. Jetzt sind wir mittlerweile bei 14,25. Die haben gestern vermeldet, dass die Nachfrage, wen überrascht, nach Tests aufs Coronavirus sprunghaft angestiegen ist. Das war gar nicht zu erwarten, aber natürlich ist die Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe. Wir sehen es hier, wie die Aktie in den letzten Tagen nach oben geschnellt ist. Also wir haben hier eine Kurssteigerung von über 200%. Also von daher, führen Sie die Aktie mal ein bisschen mit auf der Watchlist. Vielleicht kommt es ja nochmal zurück, aber vielleicht geht es auch noch bergauf. Nell, haben wir gestern auch schon darüber gesprochen. Die Zahlen sind nicht gut angekommen und wir sehen es heute auch wieder. Die Aktie wieder 6,25% im Minus, aber die hatten Kursziel verpasst bekommen. Da muss man so ein bisschen mit den Ohren schlackern. Von 11,90 norwegischen Kronen rauf auf 15. Ich habe direkt an der Börse Oslo geguckt. Wo die Aktie da in Kronen auch steht. Da steht sie ungefähr noch bei 10 Kronen, kämpft gerade eben auch mit in dieser Marke des zweistelligen Bereiches. Jetzt hat Norne Securities, die Analysten, haben gesagt, der Umsatz hat uns so gefallen, dass wir unsere Kursziele und unsere Berechnungen ein bisschen anpassen. Die gehen davon aus, dass man Ende 2021 oder im Laufe des nächsten Jahres eben wieder, oder was heißt wieder, zum ersten Mal schwarze Zahlen. Man sieht, man sagt, die sind sehr gut positioniert und deswegen haben sie das Kursziel von 11,90 auf 15 norwegische Kronen raufgehoben. Also von daher muss man sehen, also die Analysten, die sich damit beschäftigen, haben die Aktie noch lange nicht aufgegeben. Und man muss sie auch nicht aufgeben. Wenn wir jetzt mal auf die Watchlist gucken, hat die Aktie natürlich von 1,40 in Euro, ist so deutlich zurückgekommen unter 1 Euro. Aber wenn wir uns die Wasserstoffwerte sehen, wir haben ja hier eben unsere Watchlist, die sie abonnieren können. Hier unten ist alles aufgeführt, wie sie da hinkommen. Und das sind nur die Prozentzahlen seit Anfang des Jahres. Da sehen wir bei IT Empower ist seit Anfang des Jahres immer noch fast 80 Prozent im Plus. Service Holdings fast 50. McFar Energy auch 50 Prozent. Natürlich, wer seit Anfang des Jahres dabei ist, für den ist es schmerzhaft. Aber wir sehen es, am Ende hinten steht was Grünes. Und von daher kann man da auch ein bisschen durchhalten. Oder eben sagen, ich nehme die Gewinne mit und komme ein bisschen später wieder zurück. Also trotzdem muss man sagen, ich würde die Wasserstoffwerte natürlich überhaupt nicht aufgeben. Und natürlich gucken, wie weit es jetzt noch ein bisschen runter geht. Und dann, finde ich, sehen wir hier schon den einen oder anderen Schnapper, den man sich holen kann. Natürlich, wenn die Panik über die Märkte fegt, dann passiert was folgendes. Der Goldpreis, wir sehen es hier, steigt und steigt und steigt. Machen wir vielleicht mal einen 10-Jahres-Chart hier bitte. Dann können wir auch mal drauf gucken, wie es dann aussieht. Und dann sehen wir, da ist noch ganz gut Luft nach oben. Ich glaube, das ist aber zu wenig. Wir machen mal unendlich. Machen wir maximal bitte. Da oben steht so ein rotes Max und blaue. Ich bin auch noch farbenbildend. Jawohl, und dann sehen wir hier, wir haben noch ein bisschen Luft bis zum Allzeithoch. Dafür müssen wir über 1.800 US-Dollar gehen. Und natürlich, wenn wir so eine Panik an den Märkten haben, dann ist ganz klar, die Anleger suchen einen sicheren Hafen für die nächsten Tage, Wochen und Monate. Und der ist auf der einen Seite natürlich der Goldpreis. Und hier sehen wir natürlich wieder ein neues Mehrjahreshoch. Und vielleicht sehen wir jetzt, wenn das Ganze so weitergeht, auch noch viel höhere Kurse. Also man muss jetzt nicht denken, dass der Goldpreis schon in so luftige Höhen aufgestiegen ist, dass da nicht mehr viel Platz nach oben ist. Ölpreis schauen wir auch drauf. Auch kräftig unter Druck. Die OPEC hat gesagt, sie wollen die Fördermenge reduzieren, nützt dabei alles nichts. Auch heute WTI wieder deutlich unter Druck. 5,3% geht es nach unten. Also von daher müssen wir auch abwarten. Ich bin eh kein Freund auf Spekulationen vom Ölpreis. Das ist ein bisschen zu volatil. Aber trotzdem müssen wir sagen, eine Short-Position wäre gut gewesen. Aber man kann ja nicht immer alles shorten. Und von daher sehen wir einfach, dass der Ölpreis weiterfällt. Ist ja auf der anderen Seite natürlich auch für einige ganz gut. Wir sparen zum Beispiel jetzt alle ein bisschen was an der Tankstelle. Lufthansa und die ganzen Fluglinien können auch ein kleines bisschen aufatmen. Es sei denn, sie haben sich zu sehr abgehätscht gegen den Ölpreis. Aber man muss sagen, na da, von dem fallenden Ölpreis können natürlich auch die Fluglinien profitieren. Aber die haben gerade ganz andere Probleme. Bitcoin ist auch neuerdings, muss man sagen, so eine Art sicherer Hafen geworden. Wir sehen es immer, wenn der DAX nach unten geht, erholt sich da Bitcoin. Das ist auch so eine Fluchtwährung mittlerweile ein bisschen geworden. Und wir sehen es heute auch wieder ein Prozent im Plus. Wir waren ja auch schon wieder deutlich unter 9.000 und fast im Bereich 8.000, 7.000. Und jetzt sind wir wieder über 9.000. Also auch wenn es an den Märkten rappelt, ist neuerdings festzustellen, dass Bitcoin steigt. Also von daher kann man sich auch immer mal überlegen, wenn man einen sicheren Hafen sucht, ob nicht vielleicht Bitcoin, der sich immer mehr etabliert, auch so eine sichere Hafenfunktion übernimmt. Was auch noch steigt, wenn wir gerade dabei sind, ist natürlich der Euro gegenüber dem Dollar. Die Leitzinssenkung hat dem Euro natürlich ein bisschen auf die Sprünge geholfen und der hat in den letzten Tagen auch ein bisschen kräftig zugelegt. Also von daher ist das auch was, was man im Auge behalten soll. Zum Schluss noch unsere Watchlist mit den Schnäppchen. Und da können wir natürlich hinten an den Minuszahlen sehen, wo das Risiko am größten ist. Die Kreuzfahrtschiffe, Norwegian Cruise Line und Royal Caribbean Cruises, die haben natürlich jetzt schon, seitdem wir sie aufgenommen, erst in drei Tagen, 17% verloren. TUI kracht auch weiter nach unten, 16,5% oder 16,87% und die Commerzbank und die Deutsche Bank haben wir ja auch drin, die SEMES. Die haben auch schon in den letzten Tagen ordentlich wieder Federn gelassen. CTS Eventim auch fast 15%. Also die Schnäppchenliste würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und von daher muss man sagen, es ist hart, es ist schwer, aber trotzdem sollte man die Ruhe bewahren, die Nerven behalten und wirklich gucken, wie sind die ganz langfristigen Aussichten für meine Aktie. Auch wenn es jetzt ein bisschen hart ist, wir haben ja auch hier schon dieses Rechenbeispiel, habe ich schon oft genug wiederholt, falls wir tatsächlich im Bärenmarkt abkippen sollten. Das Beispiel für den S&P 500 ist, aus dem Bärenmarkt braucht man 14,5 Monate, bis man sich erholt hat, also bis die Kurse in den Indizes wieder neue Höchststände erreichen. Also von daher könnte jetzt ein langer Weg vor uns liegen, aber vielleicht können wir den Bärenmarkt auch umgehen. Wie gesagt, es sind gerade erst mal 16%, damit fällt es noch offiziell unter Korrektur oder besser gesagt schmerzhafte Korrektur. Das war es für heute, zum Abschluss noch ein Gruß nach Bonn, von da kam vor der Sendung der Tipp, Achtung, DAX fällt, habe ich mitbekommen, habe ich auch erzählt, Dankeschön dafür, bis Montag. Ah, eins habe ich noch, Samstag, DAX-Check mit Martin Görsch, wir gucken auf BASF, hat ein gutes Beispiel mitgebracht, 6% in 11 Tagen oder noch eine andere Variante, wie man mit BASF Geld verdienen könnte, auch in dieser Phase. Und wir beide haben uns natürlich auch nochmal über die Situation im DAX unterhalten. Nicht vergessen, morgen reingucken, DAX-Check. Bis Montag. Bis zum nächsten Mal.